Okay, du beschwerst dich, dass jemand antwortet und mir antwortest du auch nicht. I don't get it. Jetzt ist mein Chat auch kaputt und ich kann eure Nachrichten nicht lesen. Ich glaube, die sind einfach alle eingeschlafen. Da guckt niemand wirklich mehr zu. Uiuiuiui. Alter, wie viel tankt der denn? Uiuiuiui. Echt? Jetzt hat er direkt die Sachen von ihm gespeichert? Was ist hier gar nicht rein, ne? Selbst der hier ist ausgezogen? What the fuck? Der hat ernsthaft direkt gelootet, als ich kam? What the hell? Wo hat der den Stuff hingebracht? Das ist einfach alles weg. Ey, das ist in letzter Zeit jedes Mal, ne? Dass die Sachen einfach weg sind danach. So, so tiltet man mich richtig, Alter. Boah, jetzt, also... Freunde, ey. Boah, jetzt geht's dir rumrennen. Ach ja. Ja. Ich glaube nicht genau, was du meinst. Daher bin ich echt verunsichert. Gehört der Typ, von dem die Fotos sind, ne? Erste Sahne. Erste Sahne Mensch, oder? Vielleicht nicht der allerbeste, gutaussehendste Typ, aber zumindest sah nicht. Sah nicht von Typ her. Ja, was du? Oh. Dudu, du 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 du. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie lost waren die denn gerade bitte? Die Toaster auf den Ohren? Ne, die haben sich da mit irgendjemandem gebettelt. Wer ist da auch immer noch? Irgendwo ist da immer noch einer. Pass auf, gleich sind die beiden wieder nackt, wenn ich ankomme. Pass auf, gleich sind die beiden wieder nackt. Pass auf, gleich sind die beiden wieder nackt. Pass auf, gleich sind die beiden wieder nackt. Untertitelung des ZDF, 2020